Die sich ihr angebotene 3,5 Zimmer Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich im Kreis Offenbach. Das im Jahr 1970 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller und einen Garagenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 88 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 810 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.